So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Und ja, laden. Und versuchen ihn erneut auf die Nüsse zu treten. Elec Man ist und bleibt unsere erste Wahl. Denn Elec Man ist einfach der Coolste. Ich werde jetzt zwei Dinge versuchen. Erstens werde ich versuchen, da durchzujumpen, ohne massiven Schaden zu kriegen. Und wir kommen übrigens zum Part 12, glaube ich. Zweitens werde ich versuchen, ihm zwei Hitze in einem zu geben. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich hoffe es aber. Ich muss mich gerade anstellen. Das ist leider nicht möglich. Es hilft nichts, außer trainieren, trainieren, trainieren. Und endlich die Entertaste finden. Verdammt noch mal. Aber... hey... Fuck you. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Fuck you! Ich hasse dich. Wie soll ich da bitte rauskommen? Ah, fuck. 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 Bist du ein mieses Stück Kackbratze? Bist du ein mieses Stück Kackbratze? Boah, du Wichskrüppel. Ich muss dazu nur eins sagen. Thank God, dass ich meinen Safe hier habe. Und ich hab den falschen geladen. Ich merke schon, wie das Ganze gerade an meiner... Jetzt hab ich Elecman vergessen auszunehmen. Egal. Enter! Ah, fuck, hab ich einen Moment nicht aufgepasst. Ah, fuck. Das war knapp. Das war gerade sehr, sehr knapp. Ich muss mir das bald mal auf die linke und rechte Maus lassen setzen. Und zwar... Sterben und Laden. Okay, deswegen sind es schnell, als ich ja gestern nicht mehr auszuwählen. Hm. Fuck. Es ist ein bestimmter Pattern drin. Jetzt kann ich drüber springen. Jetzt kann ich drüber springen. Das Konzentration. Den vergesse ich immer wieder. Weil ich denke... Weil ich... Ich denke nie dran. Aber das kriegen wir schon geregelt, glaube ich. Ich schätze mal, das kriegen wir hin. Zusammen kriegen wir das hin. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Na, komm her. Egal, egal, wir sehen sie. Wir haben mehr Leben als wäre. Wir haben mehr Leben als wäre. Wir haben mehr Leben als wäre. Es ist sehr gut. Gut. Betroffen. Ich freu mich über den Hit, den ich beim landen kann. Egal, egal, egal. Er wird von uns stärken. Noch eine Stunde, aber. Fuck, komm schon. Komm schon. Okay, 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 bitte. Er kann mir bei nicht einfach machen. Scheiße. Ja! Ja! Bis gut. Ja! Ja! Jawohl. grinsen gesicht du bist es wieder grinsen gesicht 2 ich bete hiermit offiziell dass ich am 2 an der zweiten stage wiederkomme thank god und hier machen wir auch unseren safe stage startet wo so und da uns diese grinsen gesichter partout die laune der wollen diese grüße ich wollte sie vielleicht wieder aber das lassen wir nicht zu denn wir rocken wie ihr seht wie geht es dir hat man schwache vorstellung wie immer gestern weg von mir direkt von mir du stalker guck dir mein facebook guck doch bei facebook nach bei mir wenn du was wirklich erfahren willst war war gekriegt der stoff verdammt die kräfte mit kräften war wenn man spiderman hau er oder so ich muss jetzt nicht alle endbosse besiegen oder ich krieg dich doch you're fucking king wer kommt jetzt ich würde ich gar nicht wissen schluck element wichser was war denn noch mal mit dem effektiv feiern nein cluster fucker man wo starte ich denn jetzt bitte vor allem natürlich nicht aber was war denn gegen cutman effektiv die ist so feiern mehr oder so ich weiß es nicht grinse gesicht grünse gesicht du gehst mir auf die nüsse deswegen zu sterben da hab ich doch ich habe jetzt mein safe state raus mit dem aus den ersten veröffentlicht und genug geh doch aus dem bildschirm du sau du ganze fotze ja ripp ruhig noch meinen toten körper da unten halt die fresse halt deine fuck you wenn wir haben gut wir haben stück geschafft das finde ich schon mal sehr vorteilhaft wieso kommt ihr denn alle immer wieder her warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen ich hasse euch super geh weg geht doch einfach weg ich tue jetzt etwas was ich für eine lange zeitstätte tun soll fickt euch fickt euch einfach in euren hintern nein geht euch einfach nur ficken lasst mich in ruhe ihr sollt mich boah wie viel stück sind wir noch hier und lasst mich doch einfach nur in ruhe leute und natürlich hat keiner von denen auch nur irgendein pille pallet zum heilen dabei dankeschön wir können jetzt gucken was gegen cluster man erfolgreich sich erweist wahrscheinlich alles wenn ich ihn treffe was nein das schon mal nicht äh cluster man selber wahrscheinlich auch nicht ice man nein nicht guts man nein elektroman der es er ging nein bomb man hahaha komm her komm her nein komm her komm her definitiv nicht da baller ich lieber was auch denn drauf da hat eh keine chance aus der öffnen mit pistes horn du schlampe stopp mich ruhig was schaffst du nicht oh überhaupt so rumzuspringen hätte ich gehabt schlampe es wäre schön ohne hits bis zum endpost zu kommen aber bei grinser fresse glaube ich habe ich da echt null chance oh 4 5 genau 20 ja lass nochmal 5 neu kommen genau oh fuck you arm ist 2 und das 2 1 und das ist das Nee, reicht's, komm her. Kannst du immer stalken gehen. Du hör doch mal auf, so bewegst rumzuspringen. Was hast du doch damals auch nicht gemacht. Ich konnte nicht mal ausweichen! Wir sehen uns in Bar 13. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.